Norddeutscher Rundfunk 2021 von der ganzen Falle. Aber hier die Gruppe hinten vor allem würde ich euch grad nicht richtig hören. Was kann denn mit eurer Ferne? Kannst euch mal nicht hören? Das ist ein kranker Sorge. Und die Gasse ist eine kleine Seite. Nachher in der Mitte muss eine Gasse frei bleiben, falls irgendwas passiert. Fahrt einfach bis hinten durch. Sortiert euch dann links und rechts an die Straße. Herzlich willkommen! Einfach noch ein bisschen weiter durchfahren und dann die anderen auch einfahren. So sieht das gut aus. Zünder auch. Ja, ich glaub jetzt kriegen wir gleich mal zordisch mal wieder auf das, was hier an Kraft auf der Straße unterwegs ist. Ja, dann hören wir mal an, hier die Pferde brüllen. So, einfach noch ein bisschen weiter durchfahren. Damit die anderen auch noch reinfahren können, ist es ja doch noch mehr als gedacht. Trotz des heute Morgen etwas schlechten Wetter. Es ist warm genug. Es ist allemal einfahren. Von links und rechts sortieren. So weit es geht. Von links und rechts. So weit es geht. Ich muss in der Mitte die Nettungsgarten freilassen. Da muss ein Gassewagen durchpassen. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's. Wir können auch noch alle Bikes nach vorne durchkommen. Ich will so ganz schön immer sagen. Allen sind dabei. Hier runter. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.